Yo, Freunde, was geht ab? Mein Name ist Herkund, willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es was Besonderes hier auf meinem Kanal, und zwar, wir werden heute Basic Icon Pack aufmachen von euch, ja. Nicht von mir, sondern von Community, sag ich mal so. Auf Instagram habe ich Bescheid gegeben, ich meinte, wer die FoodSwap-Spieler schon gemacht hat und so weiter. Und zwar, ihr kennt diesen Hasen, ja, ich brauche jetzt nicht so viel labern. Wir haben unseren ersten Kandidaten hier am Start, und zwar der Safi, richtig korrekt von ihm, wirklich. Ich bedanke mich auch, und unten in der Beschreibung ist sein Instagram verlinkt, könnt ihr ihn auch gerne mal auschecken. Ja, wir können einfach anfangen. Geh einfach mal rein. So, es gibt so zwei Challenges, du kannst gerne beide abgeben. So sieht es aus, wir werden, glaube ich, noch zwei, drei Packs haben. Ja, kannst du gerne abgeben. Richtig korrekt von denen, ja, so. Also, diese Community ist einfach heftig, ja. So, jetzt muss ja noch drei Spieler da. Abgeben, genau. Jetzt ist perfekt. So, Team senden, und jetzt kriegen wir ein Basic Icon, ja. Ich frage ihn mal kurz, was wünschst du dir, Lika? Ich frage ihn mal, was willst du? Willst du ein Eusebio haben? Was willst du? So, er möchte, ja, Eusebio, so, Ronaldo natürlich. So, drück mal jetzt, drück mal auf X, und wir können, also wir fackeln nicht so lange, wir ziehen mal. So, wenn du was Schlechtes ziehst, kannst du ja diese Icon Pack auch abgeben, und noch ein 100k Set mitnehmen, wenn du möchtest, natürlich, die überlassen. So, wir ziehen mal, Basic Icon Spieler. Ja, ich hoffe, wir ziehen was Krasses. Komm, Digga. Es wird auf jeden Fall ein Warcourt. So. So, in Brasilien. Ach, du Scheiße. Ja. Geil. 86er, keiner. Das ist scheiße, scheiße. Wirst du mit ihm spielen, nein, wa? Wirst du ihn jetzt abgeben, 400k Set, oder? So, safe, wie meint ihr, er wird jetzt nicht mit ihm spielen. Er wird jetzt einfach mal ihn abgeben, und wir kriegen noch ein 100k Set. So, so, da gibt er sein Baby Icon einfach mal ab. Ja, einfach nur schlecht gezogen. So, aber dafür kriegen wir noch ein 100k Set. Ich hoffe, wir ziehen was Krasses. Ich hoffe, also zumindest erstmal ein Warcourt, und dann... Ja, vielleicht kriegen wir auch ein Icon, wer weiß. Komm. 100k Set. Jo, alles klar, Digga. Das war's wieder komplett. Das ist EA, Alter. Die haben jetzt richtig Plus gemacht, ne? Ey, so schlecht, Laporte. Ey, Laporte, ey. 84er Rating. Ey, das ist scheiße. Was kriegen wir noch? Guck mal, da hinterher. Ja, was wird's? Einfach nur Müll dahinter. Was denn sonst? So, dahinter 84er, 83er, einfach nur Müll. Ja, schade. Wie gesagt, Dankeschön an Safey. Ja, und den wir schreiben, ist ein Instagram-Verlink. Könnt ihr gerne mal auch auschecken. So, wir machen einfach weiter. Let's go. Also, als nächstes hier haben wir Banner. Ja, ich bin extrem müde. Versteht nicht falsch, ist es gerade 2.30 Uhr. So, Basic Icon am Start. Könnt ihr auch gerne Banner auf Instagram auschecken. Und den wir schauen, ist ja auch verlinkt. Jo, Digga. Also, ich hoffe, wir ziehen was krasses. Wenn nicht, dann gibst du dein Icon ab. Und wir ziehen einen 100k-Set. Also, let's go, Digga. Also, Banner ist auch ein Kumpel. Also, wir kennen uns. Ja. Es wird auf jeden Fall ein Walkout, Digga. Das ist ganz klar. Ja. Brasilien. Komm. Frankreich. Digga, was ist das denn, ey? Die gönnen ja überhaupt nicht, älter. P.T., ey. 85er Rating. Da kannst du dir direkt P.T. abgeben. Der ist so schlecht, ne? Ach, du Kacke. Da wird er auch, glaube ich, ja, er wird sofort die P.T. auch abgeben. Also, wir haben jetzt insgesamt zwei Stück gezogen. Einmal Kane und einmal P.T. Das ist Katastrophe einfach bis jetzt. Er macht auch momentan Blanc, wie ihr seht. Und, ja, passt auf jeden Fall. So. Er wählt jetzt schön P.T. natürlich. Wir sehen auch, dass er auch sehr, sehr viele Special Karten hier gestartet hat. So, 85er P.T. Gibt er ab. Und dafür kriegen wir hier ein 100k Set. Komm, Junge. Ich hoffe, wir ziehen was Schönes hier. So, 100k Set. Let's go. Kein Walkout. Ey, ich habe so ein Gefühl. EA macht das extra. Wirklich, EA macht das extra. Ey, das ist zu krass. 82. 82er Rating. Das ist einfach zu krass. Das waren 100k Set. Ey, das ist zu krass einfach. Wie gesagt, danke schön nochmal an Benan. Und wir machen auch direkt weiter, wollte ich sagen. Aber er macht nochmal die Packs auf hier. Ja. Was war das gemischte Set oder so? Ja. Also, wir machen jetzt direkt weiter. Let's go. Nummer 3 ist am Start. Und zwar der Baris. Ja. Er ist auch natürlich unnimmig erscheint verlinkt. Er hat auch für mich hier Basic Icon gemacht. Richtig korrekt von ihm. So, wie fuck ihr nicht lange? Wir ziehen mal. Ja. Das ist auf sein Bruders Akkord jetzt. Auf sein Haupt. Einen Akkord hat er Puyol gezogen. Leider. Und jetzt für seinen Bruder. Also, kannst du gerne starten, Bro. Let's go, Digga. Ich hoffe, kein Puyol, kein Pity oder kein Kane. Vorhin hatten wir sowas, ey. Oh mein Gott, Digga. Gerard. Ach, 86er. Ja. Kein Eusebio, kein Ronaldo. Gerard, Digga. Ist einfach nur schlecht. So, Jungs. Also, wie gesagt, wir haben hier Gerard gezogen. Dankeschön nochmal an Baris. Er wird sein Icon jetzt nicht abgeben. Aber Dankeschön nochmal an Baris. Richtig korrekt von ihm. So, wir machen weiter. Let's go. So, Jungs. Also, als nächstes hier. Zwar der Khan. Er ist auch natürlich ohne Video beschreiben verlinkt. Richtig korrekt. Wie gehen wir jetzt die Spieler einfach mal ab? Khan, gib einfach mal ab. Drück einfach auf, genau, Optionstaste und gib einfach mal ab. Erste Challenge und dann zweite Challenge. Genauso, Bro. Zweite Challenge gibt er auch ab. Kannst du gerne abgeben, Khan. Und danach kriegen wir auch ein Icon-Set. Und der Khan meinte auch hier. Falls er Schrott ziehen sollte, wird er auch 100k Set aufmachen. Aber wir hoffen natürlich, dass er was krasses zieht. Ja, wir haben bis jetzt nur Müll gezogen. So, du kannst gerne auf X drücken und danach schön einfach mal Ronaldo ziehen. Also, bis jetzt haben wir nur Müll gezogen. Gerard, Petit und Khan war das. Genau. Komm, drück, Digga. Komm. So, Portugal oder Brasilien, Bruder? Oder Argentinien? Warte, ja. Ach du Scheiße. Eee, junge, älter, Haji. Du bist auch, glaube ich, Garstall-Fan, ne? Karl ist auch Garstall-Fan. Also, passt eigentlich krass. Aber mit Haji kann man einfach nicht spielen. Also, mit 85 Karten kannst du vergessen. So, er wird jetzt Haji abgeben. Und dann ziehen wir auch ein 100k Set. Ja, ich hoffe, EA gönnt da was. So, Jungs, da gibt der Haji schön mal wieder ab. Ja, er hat vor eine Minute gekriegt. Jetzt gibt er einfach mal schön ab. Und ja, er bekommt jetzt ein 100k Set. Ich hoffe, die gönnen einfach ein Warcourt da. Einfach ein Warcourt, Bruder. Ich war jetzt ernst jetzt. Einfach Warcourt. Kannst du gerne ziehen. Komm, Digga. Drück auf X. Die soll einfach Warcourt gehen. Ach, du Kacke, Digga. Ey, Junge, Alter. Das ist zu krass. Ach. Das ist zu krass. Ey. Die machen nur Plus. Ich mein's ernst. Wir machen Minus, die machen nur Plus. Das ist zu krass. Ja, in Form. Oh, Stirt ist gut. Ja, ist nicht schlecht, ne? Ist ganz okay. Ja, ist okay. Gerettet. Und Duplikat oder so? Hinten? Ja, nix. Gummis. So, Jungs, also, wir haben noch ein Icon Pack hier am Start. Und zwar von Ronas. Ja. Also, Du kannst es auch gerne abgeben. Er soll natürlich ohne Videobeschreiben verlinkt. Könnt ihr gerne mal auch rauschecken. Wir werden jetzt schön hier ein Basic Icon wieder ziehen. Also, wir haben gestern einfach nur Müll gezogen. Ja, ich glaube, wie vier oder fünf Basic Icons. Ja, waren es. Einfach nur Müll. Ich hoffe, Du ziehst was krasses, mein Freund. Also, wir starten jetzt. Drücke einfach auf X. Ich hoffe, da kommt was Besonderes. So. Komm, Digga. Shevchenko wird das sein, ne? Shevchenko. 86er Rating. So, Jungs, leider haben wir wieder nur Scheiße gezogen. Ja, aber ihr könnt mal alle natürlich mal auschecken. In den Videobeschreiben ist jeder verlinkt. Könnt ihr gerne, wie gesagt, auschecken. Wir machen noch ein Icon Pack auf. Ja, und zwar von Furkan. Also, Du kannst hier gerne mal jetzt reingehen. Ich hoffe, wir ziehen was Schönes. Für Dich. Ja, bisher haben wir nur Müll gezogen, aber... Vielleicht kriegen wir jetzt einen Ronald oder Eusebio. Komm, Digga. Also, viel Glück. Darum Dankeschön natürlich, dass Du Dein Pack gibst, Bruder. Ne? Richtig korrekt von Dir. So. Öffne, Bruder. Drück auf X. Natürlich könnt ihr auch Furkan gerne auf Instagram checken. Und... Walkout. Komm, Junge. Italien. Wer ist das? Cannavaro? Nesta. Es geht. Es geht. Ist okay. Ja, ist okay. Kein Torwart. Ja, genau. Er sagt, kein Torwart zum Glück. Ja, ist gut. Nesta. So. Letztes Pack für heute, Jungs. Von Anker Messi. Ja. Er zieht jetzt seine Basic Icon. So, da cheatet er. Ich hoffe, wir ziehen was krasses. Komm, Junge. Let's go. Also, das ist das letzte Pack, Jungs. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir gezogen haben. Sieben oder acht Stück. So. Ich hoffe, was schön ist, Alter. Was krasses. Come on. Spanien. Ziv. Und das wird der Puyol. Glaube ich. Nee. Hernando Hierro. Okay. Alles klar. 86er Rating. War jetzt nicht so stark. War nicht so krass. Ja. Also, wir haben uns, glaube ich, so sechs bis acht Stück geöffnet. Ja. War ganz okay. Ja. Also, kein Ronaldo. Kein Marathona. Kein Eusebio. Leider. Aber, ja. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, die Daumen nach oben. Und Dankeschön nochmal, Jungs. Ja. Auf Instagram habe ich so ein Posting gemacht. Auf spontan. Und sehr viele haben mir auch geschrieben. Bei manchen hat es leider nicht geklappt, weil die aus Österreich und aus Schweiz kommen. Es klappt leider nicht. Aber, Dankeschön für eure Unterstützung. Deshalb folgt mir auf Instagram. Wenn was sein sollte, dann poste ich da halt was. Ich würde mich freuen. Dankeschön für alles. Wir sehen uns. Ciao.